und auch heute lege ich für euch die karten und zwar ich bringe auch schöne tarot karten mit und hier den mr right den polieren wir mal so richtig na das schön glänzt hier wie viel karat könnte diese brillant hier haben schreibe auch gerne in der kommentare was du was du meinst hier von dem mr right aber das ist ja nicht nur der mr right mr und miss es steht da drauf ja wie wertvoll ist für dich diese verbindung und ja wir schauen jetzt mal hinein konzentriere dich und wir legen jetzt die karten wir mischen jetzt die karten ja so toll dass ich euch so inspirieren kann manchmal muss ich wirklich schmunzeln ja ich muss mich noch dran gewöhnen ja ich muss mich noch dran gewöhnen dass sie mich also toll findet und darf ich auch annehmen ja also ich habe jetzt gerade im internet also im im youtube gesehen dass da auch eine dame genauso die kartendeck hält wie ich genauso die klangschalen an schlägt wie ich dann habe ich gesagt naja gut valeria so musst du irgendwann muss ja verdammt gut machen das ist so interessant bisher dankeschön für den komplement so guck mal der mr right ist hier wirklich so fix und fertig sag ich mal jetzt ja der ist fix und fertig und wie gesagt dass ich habe hier das gefühl dass in seinem kopf also ganz viel los ist ne und er möchte wirklich mal also sein leben etwas ruhiger leben diese ganze kummer wirklich ja loslassen diese ganze chaos in seinem kopf loslassen schau mal er schaut dich geradewegs an und also ich habe auch das gefühl der meditiert auch sehr viel um da wirklich antworten zu bekommen und ja der ist auch hier total traurig also ich habe hier das gefühl der ist total traurig und ja er muss lernen erst mal wieder in seine kraft zu kommen ja im grunde weißt du dass er dein puzzelstück ist also das weißt du schon und weißt auch dass du ihm also wie gesagt dass er so dein lichtblick ist sage ich mal im alltag dass alles so trist ist und mit ihm ist alles bunt das weißt du schon ganz genau und also er selber möchte sich auch wirklich auf der reise machen so nehme ich das jetzt auch wirklich wahr ja und er fühlt sich aber momentan so ein stück weit auch gefangen in seine jetzige aktuelle situation und was sehe ich denn hier ist sie schon hier er möchte gerne mit dem fluss schwimmen ja und er möchte in dieser leichtigkeit den 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 ar so spielerisch das ganze angehen möchte gar nicht so viel gedanken machen darum ist auf der spirituelle erwachungs reise und schau mal der geht richtig zum licht ganz intensiv entwickelt es ist wow verzeihung es würde mich nicht wundern wenn er sich wirklich total also spirituell weiterentwickelt schau mal der springt sogar aus dem flugzeug wow bin ich auch mal gesprungen das war so toll und mein wunsch ist von 6000 meter zu springen also natürlich als tandem sprung also natürlich nicht als alleine weil er muss ja auch richtig eine ausbildung für haben aber das war für mich der geilste gefühl überhaupt und als wahnsinn und schon mal hier also es geht hier auch darum dass er hier richtig die balance lernt guck mal wieder balanciert und wirklich wenn man sagen wir mal sich dem freien fall übergibt also in dem fall wenn man nicht weiß was einen erwartet und dann sich ausbalanciert dann bekommt man erst diese fülle an möglichkeiten fülle am generell und ja da kommt man auch weiter die schildkröte symbolisiert auch diese beständigkeit dass man auch wirklich weiter kommt und ja 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 und auch ja fern jetzt von ob moralisch ja oder nein ist ja ist ja egal da folgt man auch seinen inneren fahrt guck mal da ist er auch mit dem mit seinem höheren selbst verbunden ja was seine seele will und schau mal der baumelt so in der luft ist das nicht gut ja dann traut man sich und da hat man auch keine angst da kann man sich wirklich fallen lassen da ist man in urvertrauen und da hat man auch wirklich ja diese verbindung mit dem ja dritte auge seine intuition dass alles am ende gut wird mit euch zwei und ich sehe jetzt hier schon in der stille in seine meisterung liegt die kraft also umso mehr er bei sich ankommt ne umso mehr reift diese reifen diese äpfel also das bedeutet dass ja wie kann ich dir das sagen das bedeutet dass im grunde im grunde geht es darum dass hier der frucht des lebens auch da ist also dann dann fruchtet das ganze weil astral mäßig ist sein herz schon offen guck mal astral mäßig also er weiß das schon also muss er halt nur den kopf noch verdecken und diese balance wirklich bei sich finden dass es zeigt sich oftmals diese balance dass er sich traut ne und du bist ja hier schon längst erblüht und du manifestierst dir deine wünsche und das ist ja klar ist doch deine dein seelenpartner will die harmonie mit dir die delphine oh gott ich bin aber dazu nicht gekommen ich ähm mein großer wunsch ist ja den delphinen tätowieren zu lassen also wow da also irgendwann mache ich das ja und es geht auch darum hier dass man sich so wirklich auch zeigt wie so eine lilie erblüht und guck mal das ist der kern auch ne in der blume das ist der kern also zum kern zu kommen ja zum fruchtbaren kern zu kommen ne dann geht es hier darum ja ja das ganze also wirklich zu zelebrieren zu feiern im regen zu tanzen wie cool ist das dann gibt es auch was zu feiern wenn ihr euch nämlich gefunden habt und wenn ihr zusammen seid und er aus seinem ganzen chaos sich befreit hat dann ist der weise dann gleitet er durch die luft dein mister right und ja dann hat er den nicht mit sich guck mal da hat er so eine wahnsinns maske an hier dann braucht er das nicht ja guck mal und du straßt hier in rosa pink ne also in märzfarben rosa pink wahnsinn und was sehe ich denn jetzt noch hier ja er ist noch zu sehr in der kontrolle guck mal der hält so die fäuste so und ich ne ist die kontrolle also im grunde geht es darum kompromisse einzugehen in diese verbindung natürlich gibt es nicht also ihr seid jetzt keine 15 mehr da muss man klar kompromisse ähm eingehen aber muss man auch die innere stimme hören und hier zeigen sich auch die delphine die delphine symbolisieren für mich die seele die seelische verbinden verbundenheit tauben symbolisieren für mich auch die seele die seelische verbundenheit aber delphine auch denn ähm klänge sage ich mal klänge sind so ähnlich wie halt delphin und wahlklänge weil die ja auch über die frequenzen kommunizieren mit sich und schau mal also wirklich eine transformation eine wahnsinns transformation findet hier statt und ja da zerbricht erst man muss erst mal alles so diese mauer zerbrechen ja dass man den rebell rauslässt so richtig also erwege den tiger in dir ja und da kommt man erst in der kraft ne wenn man sich wirklich traut wenn man sich seinen ängsten stellt dann kann man hier wirklich wagen und sagen so ich gehe jetzt nach vorne ja weil dann hat man auch ausdauer und kraft dein mister right ich habe wirklich das gefühl ja dass er äh ja dass er ja dass er wirklich in einem prozess drin ist ne ja dass er zu dir auch spricht weil da kommen die lovers guck mal wie schön die karte ist der ocean tarot heißen die die karten und es geht auch darum seine maske abzulegen die maske die maske die maske und da ist auch nicht nur die maske da ist auch die schlange also alles was falsch ist alles was komisch ist alles abzulegen und zu transformieren ja und loszulassen und ja auch dieses eis zum schmelzen zu bringen da kann man entspannen da kann man wirklich loslassen und entspannen und ähm ja du bist ohnehin die herrscherin ja also ich sehe dich total ähm entspannt also ich ziehe dir noch eine karte und zwar wir fragen jetzt einfach mal äh würde denn auf dich zukommen das wird jetzt eine größere legung meine lieben habe ich euch schon erzählt dass ich an meinem neuen größeren Projekt arbeite und äh deswegen könnte das auch sein dass wirklich nicht jeden Tag mehr die Videos schaffe also bis ich das äh bis ich das jetzt umgesetzt habe es kann sein also ich kann jetzt keine regelmäßige Termine haben oder sagen äh ich habe auch einiges guck mal so kommt der Universum Universum das wird sich gut entwickeln hier mit euch zwei und die Enttäuschung ne die Enttäuschung guck mal ist schon also quasi in der Vergangenheit er schreibt dir vielleicht noch mit einer Maske dass er so auf diese Art und Weise ganz schnell auf dich zukommt also das wird schicksalhaft sein und ähm ja also das kommt bald zu dir nach Hause also sei dir dessen bewusst also es ist aus dem Vorleben vorgesehen er wird auf jeden Fall sprechen wenn er hier also wie gesagt dieses ungute Gefühl losgelassen hat wird er mit dir Klartext sprechen und hier ist auch der Brief schon unterwegs zu dir ja also bezüglich Projekt das werdet ihr zeitig auch erfahren äh was ich da auch wirklich mache und wie gesagt wenn jeden Tag nicht die Legungen kommen ich freue mich trotzdem wenn ihr natürlich hier vorbeischaut und den Kanal abonniert also ich habe einige Kanäle wo ihr stöbern könnt also ihr könnt auch gerne den Taroskopkanal anschauen da ist auch immer wieder für äh für Legungen für den Monat für Vollmond für Neumond auch ausführliche Legungen ähm wie gesagt äh findet ihr dann auch auch verschiedene Themen für Liebe für Beruf Berufung für Finanzen also alles findet ihr im Grunde dort also da habe ich noch die Zwillingsflamme Reka Kanal wenn du jetzt wirklich so einen reinen Kartenkanal suchst aber auch mein Atlantis 2.0 Kanal also wie gesagt also ich mache einiges ich bin sehr vielseitig und deswegen ich kann das nicht alles in einen Kanal packen ich weiß aber trotzdem dieses Reka Baby ist ja mein ähm ja Ursprung sage ich mal als erstes Kanal und es wird auch immer wieder Kartenvideos geben mit Sicherheit nur vielleicht nicht mehr so jeden Tag aber also ich versuche auch den Livestream beizubehalten und ja lass uns gemeinsam wachsen ich freue mich auf dich auf jeden Fall und ja und heute mache ich auch noch einmal ein Ritual denn heute am 11.1. das ist auch eine ganz besondere energetische Zahl jetzt für mich und das ist für mich auch wirklich ein Beginn ich kann es schon spüren denn wirklich ab 21.1. ja starte ich und ich zelebriere das natürlich gerne mit dir wenn du auch an diesem 11.1. Ritual teilnehmen möchtest dann freue ich mich wenn du dich anmeldest und dir auch einen Platz sicherst du weißt ja also immer maximal sieben teilnehmer und ich freue mich wenn du auch einer davon bist ich sage danke schön und bis bald ein wenn du auch 问 seh Vielen Dank.